Ja, ich glaube, heute Abend gibt es keinen Halt mehr. Ich glaube, viele, die jetzt noch die letzten Jahrzehnte gespielt haben, haben gelächelt auf diesem Titel. Lass uns da rausgehen. Lass uns hier viel Spaß haben in der Sache. Wir haben die Welt, wir sprechen immer, spielen bis zuletzt. Fünf Mädels, die auf dem Felz und brennen. Wir sind so geschlossen, wie kein anderes Team. Wir sind so gut, 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 wie ein anderes Team. 5 Mädels, die auf dem Felz und brennen. 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 6 Mädels. 6 Mädels, die auf dem Felz und brennen. 100 Mädel, die Räte auf dem Felz. 3 Mädels, die auf dem Felz und brennen. 4 Mädels, die auf dem Felz. Musik 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 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 3, 1, 2, 1 2, 2, 1, 2, 2, 1 Das ist, jeder selber, vertraut mal euren Mitspieler Ha, aber ich muss das GAL Aber ich muss ganz genauso Wir haben noch 30 Minuten Dass ein 3-0 keine sicherheit ist, der sollte zu jedem klar sein Ja, da gehts hier um die Deutsche Meisterschaft 1,Я Tor-Würsene 1,2, 1 Musik Musik Das war's für heute. 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 Ja, ich glaube, heute Abend gibt's kein Halten mehr. Ich glaube, viele, die jetzt auch die letzten Jahre gespielt haben, haben gelächzt nach diesem Titel und auch die Fans und alle, die da involviert und beteiligt sind. In diesem Sinne geht es mit dem Zug zurück. Ich glaube, da wird schon einiges brennen. Und dann heute Abend mit den Damen zusammen, ja, gibt's nichts Schöneres.